1.790 Abonnenten. Yay! Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und danke, 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 danke fürs Abonnieren. Ich freue mich so sehr. Ob wir die 2.000 Abonnenten, am besten sogar 2.020 Abonnenten, noch in diesem Jahr schaffen, das wäre doch witzig, 2.020 Abonnenten im Jahr, 2.020. Würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall danke an alle Abonnenten, die alten und die neuen natürlich. Um Gottes Willen, ich freue mich auch über jeden Abonnenten, der schon seit, keine Ahnung, 10 oder 9 oder 8 Jahren dabei ist. Um Gottes Willen, das ist ja mal richtig crazy. Und auf jeden Fall danke fürs Abonnieren und fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und für das Interesse an meinem Kanal, das freut mich immer sehr und motiviert mich natürlich dann auch weiterzumachen. Auch wenn ich die letzten Wochen nicht so viel Zeit hatte, beziehungsweise nicht so den Elan hatte. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier nicht besprechen. So, zu den Dingen, die ich besprechen wollte. Erstens, vergesst bitte nicht beim Gewinnspiel mitzumachen, beim RPG Maker MZ-Gewinnspiel, bei der Boss Challenge, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. Ihr habt noch bis zum 1. August Zeit. Guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ihr könnt ja mitmachen. Bis zum 1. August Mittag um 12 habt ihr Zeit, euer kleines Boss Battle Projekt abzugeben. Und euch zu registrieren für den Gewinn. Ich habe nochmal einen zweiten Gewinn, den ich oben drauf packe. Weil der RPG Maker MZ doch etwas günstiger ist als erwartet, weil er momentan im Vorbesteller Rabatt ist. Würde ich, und weil ich bin halt ein richtig cooler Dude, würde ich euch noch einen zweiten Preis anbieten. Dem besten Boss Battle, und das entscheide am Ende ich, welches das beste Boss Battle ist, würde ich eine Geschenkkarte, einen digitalen Steam-Gutschein im Wert von 10 Euro schenken. Und das ist doch eine coole Sache. Wenn ihr den MZ am Ende nicht gewinnt, bekommt ihr ihn vielleicht trotzdem dann für 10 Euro billiger. Beziehungsweise ihr könnt dann natürlich auch die 10 Euro für was anderes ausgeben. Das ist ja natürlich selbstverständlich. Aber er kostet momentan für MV-Besitzer ca. 55 Euro. Und dann wären es nur noch 45 Euro. Und das macht schon einen Unterschied, finde ich. Und haben oder nicht haben. Wie gesagt, für den besten Boss. Und das entscheide ich am Ende, welcher der beste Boss ist. Auf jeden Fall müsst ihr mich irgendwie als Freund adden vorher. Irgendwie drei Tage vorher, hier steht es, drei Tage vorher auf meiner Freundesliste. Also addet mich bei Steam als Freund. Wird in der Videobeschreibung sein, der Link dazu, um mich bei Steam zu finden. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt wäre dann, ich möchte morgen wieder was Let's Playen. Also wieder am Samstag um 21 Uhr. Das wäre dann der 25. Um 21 Uhr streicht euch das Rot im Kalender ein. Wir spielen Val Games Fighter. Das ist so ein Crossover-Spiel von verschiedenen Val Games und den Charaktern davon. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Und da gucken wir uns das Ganze mal an. Ähm, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Hm, werden wir sehen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt live in meinem Stream. Aber ihr könnt natürlich das auch nachträglich sehen. Ähm, das Let's Play. Auch am Sonntag oder Montag oder wann ihr auch immer Zeit habt. Also wenn ihr Samstag um 21 Uhr keine Zeit habt, live dabei zu sein, könnt ihr das auch jederzeit nachholen. So wie alle meine anderen Let's Plays in der Playlist, ähm, hier, ähm, Let's Play, Apogee-Megaspiele, könnt ihr das alles dann finden. So, gut, haben wir das Thema auch abgehakt. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema sind Tutorials. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, die letzten Wochen, habe ich das in diesem Video schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich öfter mal gesagt, öfter mal gesagt, dass es mir die letzten Wochen nicht so gut ging. Und das, ähm, bessert sich jetzt langsam wieder. Und da würde ich jetzt vielleicht versuchen, dieses Wochenende wieder ein Tutorial aufzunehmen, zumindest vorzubereiten. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, mal schauen, ob ich es schaffe oder nicht zeitlich. Ich habe auch viele andere Sachen noch nachzuholen, die ich noch machen wollen würde. Und dementsprechend müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, die letzte Zeit kam kein Tutorial und das tut mir auch leid. Ähm, ich glaube, das letzte Tutorial war tatsächlich hier das eigene. Title-Menü vor einem Monat. Ähm, ja, ich habe die letzten drei Wochen, habe ich wirklich im Grunde gar nichts gemacht für Tutorials. Aber ich hoffe, ihr nehmen mir das jetzt nicht zu übel. Dafür haben wir das Community-Projekt gemacht ein bisschen. Das war auch cool. Und wir haben auch gemacht hier zum Beispiel Kritzelfisch gemoddet ein bisschen. Aber das werde ich auch noch fertig machen. Dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Aber, naja, egal. Ja, also es ist genug, auf jeden Fall, anderes Material gewesen, was ich gemacht hatte. Aber Tutorials kommen auf jeden Fall noch, um Gottes Willen, auch MV-Tutorials. Ich habe auch größere Tutorials geplant. Ähm, fährt hier gerade ein Motorrad vorbei? Okay, ich hoffe, ich habe das nicht gehört. Ähm, aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. So. Wie gesagt, Tutorials werden auf jeden Fall kommen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich an der Stelle nochmal, dass da jetzt nichts gekommen ist. Aber es kann immer mal wieder passieren, dass es mir nicht gut geht oder so. Dass da mal ein paar Wochen gar nichts kommt. Oder von mir jetzt auch Monate. Also, das ist immer, ja, immer so eine Sache. Ich habe auch ab dem 3. August Urlaub. Und da weiß ich dann auch nicht, ob ich dann wirklich dazu kommen werde. Die zwei Wochen, die darauf folgen, dann, ähm, ob ich da wirklich dazu komme, mich um YouTube zu kümmern. Weil ich auch andere Sachen dann machen möchte. In meinem Urlaub natürlich. Und dementsprechend müssen wir nochmal sehen. Auf jeden Fall versuche ich vorher noch vor meinem Urlaub. Oder zumindest am Anfang meines Urlaubs dann vielleicht noch ein Tutorial hochzuladen. Das wäre, ähm, mein Ziel. Gut. Ähm, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Smash-Turnier. Das, ähm, bei Videos finde ich es, glaube ich, schneller. Wir hatten mal ein Smash-Turnier gemacht. Hier, Community-Turnier und dann das Finale. Ähm. Ich hatte noch ein zweites Turnier angekündigt. Und das, ähm, hat bis jetzt noch kein Datum. Und eigentlich wollte ich es im August machen, tatsächlich. Aber ich verschiebe das Ganze vielleicht sogar auf Oktober, weil ich im September nicht so viel Zeit habe. Und dann müssen wir das wahrscheinlich in den Oktober hineinschieben. Ähm, tut mir auch leid für alle, die sich schon gefreut hatten auf das Smash-Turnier. Auf das zweite Community-Turnier. Ähm, ist aber auch nicht Bestandteil meines Kanals, dass wir hier Smash spielen. Das machen wir halt nur so nebenbei, ähm, just for fun. Ähm, verschieben wir. Und viele Gründe dafür sind, ähm, folgende. Es gibt nämlich so ein Drama, in Anführungszeichen. Ähm, und das einzig deutsche Video dazu ist von Vic. Und das könnt ihr euch gerne angucken. Vor zwei Wochen hat er das hochgeladen. Und ich finde, es ist einfach unschön, da jetzt ein Turnier zu veranstalten, ähm, finde ich jetzt persönlich wegen den Sachen. Ich, ich, ich werde dazu jetzt auch eine Triggerwarnung aussprechen. Also, wenn ihr das Video seht, ähm, dann macht das bitte nicht, wenn ihr, ähm, irgendwelche, naja, Problemchen habt. Dann solltet ihr das vielleicht nicht tun. Ähm, ich spreche dafür eine allgemeine Triggerwarnung aus. So, aber zu finden könnt ihr, ähm, finden könnt ihr das Video einfach Smash Community und Vic oben eingeben. Und dann habt ihr das Video auch auf jeden Fall hier ganz oben ist das. Es ist das einzig deutschsprachige Video dazu. Ich habe mir das Zeug alles auf Twitter durchgelesen, als die Geschichte losging. Und ich fand das schon sehr belastend. Auf Twitter ist es noch ein bisschen schlimmer gewesen als das Video von Vic auf jeden Fall. Weil, ähm, das Video von Vic ist halt ein bisschen, ähm, von einer äußeren Perspektive. Während auf Twitter die ganzen, ähm, Texte, die da geschrieben wurden, die waren ja von den Opfern. Und dann ist das halt ein bisschen persönlicher, finde ich, und nimmt einen emotional vielleicht auch ein bisschen mehr mit. Und er hat auch bei weitem nicht, ähm, das ganze Thema in acht Minuten reingequetscht. Das geht ja auch gar nicht. Ähm, und da war wirklich viel Stuff auf Twitter. Und, ähm, deswegen möchte ich das auf jeden Fall verschieben, das Smash-Turnier. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ähm, war ja sowieso noch kein, ähm, Termin festgelegt. Also, von daher, Oktober würde ich jetzt als, ähm, Termin erstmal so stehen lassen. Ihr könnt bis dahin noch ein bisschen Smash trainieren. Vielleicht mache ich noch mal einen Trainings-Stream irgendwann. Könnt ihr mit mir zusammen trainieren. Aber ich würde auf jeden Fall das Turnier verschieben. Auch aus Respekt den Opfern gegenüber. So, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt dafür Verständnis. So, wollte ich noch irgendwas ansprechen? Tutorials, Smash-Turnier, Stream morgen. Stream morgen nicht vergessen. Ähm, ja, mein YouTube-Community-Projekt, ähm, ja, ähm, das läuft eigentlich ziemlich gut. Ich bin sehr erstaunt. Läuft echt gut. Macht auch Spaß mit euch zusammen, das zu machen. Ich werde wahrscheinlich versuchen, mhm, 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 am 9. hatte ich gesagt, dann den nächsten Stream zu machen vom Community-Turnier. Diesen Sonntag würde ich nicht machen. Da würde ich, wie gesagt, versuchen, ein Tutorial, ähm, vielleicht aufzunehmen oder zumindest wenigstens vorbereiten, dass ich es im Laufe der Woche irgendwann mal vielleicht aufnehmen kann. Wenigstens vorbereiten. Ähm, und dann mal gucken, wie wir das Ganze machen. Aber, wie gesagt, am 9. würde ich es erst weitergehen mit dem Community-Projekt. Macht aber mega Spaß mit euch zusammen. Und ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar andere mitmachen, die noch nicht dabei waren. Und ich danke allen, die schon mitgemacht haben. Also, das ist wirklich cool. Und ich bin auch sehr beeindruckt von dem, von dem Stuff, den ihr mir liefert hier. Ähm, Mr. Drachenteufel hat zum Beispiel so ein kleines Raumschiff gepixelt. Ähm, oder großes Raumschiff, je nachdem. Also, wie man es bezeichnen möchte. Ähm, Größen sind ja immer, ähm, sehr subjektiv. Aber für mich ist es ein kleines Raumschiff. Äh, auf jeden Fall ziemlich cool. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie schnell er das auch gemacht hat. Das war wirklich beeindruckend. Und, ähm, auch Calastelio hat ein bisschen was gepixelt und, ähm, beziehungsweise zusammengefremelt da. Ähm, und dann hatte auch Mr. Drachenteufel sogar noch ein kleines Rätsel in mein Spiel eingebaut. Hier im letzten Part. Und auch an der Story haben sich viele Leute beteiligt. Und auch so Hilfestellungen bekomme ich immer wieder im Chat von Quayuzzi zum Beispiel. Möchte ich positiv anmerken. Quayuzzi ist auch sehr aktiv bei dem, bei der ganzen, bei dem ganzen Projekt und hilft auch immer mit Rat und Tat. Ähm, finde ich auch super. Möchte ich nur nochmal anmerken. Ich habe jetzt bestimmt nicht jeden genannt, der da, ähm, ähm, viel mitmacht. Aber, ähm, dann die letzten beiden Streams war auf jeden Fall, ähm, gut besucht. Ich war sehr zufrieden. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch zusammen. Und ich hoffe, ähm, dass wir das ganze Projekt dann auch auf die Beine stellen können zu, ähm, ja, vielleicht noch zu diesem Jahresende. Vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht genau, zu wann ich es fertig haben möchte. Aber ich hoffe mal, dass wir es zum Jahresende, ähm, dann fertig kriegen. Das wäre eigentlich am coolsten zum Jahresende. Dass wir es vielleicht noch dieses Jahr fertig kriegen, das wäre echt cool. Aber mal gucken, wie wir Zeit finden, ist auch nicht schlimm. Und ich freue mich über jeden, der mitmacht. Und ihr, ja, ihr könnt mitmachen, ihr müsst nicht mitmachen. Wäre auf jeden Fall cool. So, haben wir das also auch geklärt. Vergesst, wie gesagt, nicht das Gewinnspiel. Und es gibt halt noch den 10-Euro-Gutschein, ähm, für das, für den besten Bossfight, für den Besten. Nachdem ich alle gespielt habe. Und dann gibt mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wer der Beste ist. Und dann werde ich das dann auf jeden Fall preisgeben. Wahrscheinlich dann auch noch am 2. August werde ich das dann, ähm, auf jeden Fall den Gewinner dann auch noch nennen. Wenn ich es dann schaffe, alle zu spielen. Aber bis jetzt haben noch nicht so viele abgegeben. Also bis jetzt, denke ich mal, werde ich alle schaffen, zu spielen am 1. und 2. August. So, so wie es geplant war. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein erholsames Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen im Stream. Bitte, bitte, kommt doch vorbei. Yay! Also um 21 Uhr, morgen, den 25. Juli, auf meinem Kanal. Nicht vergessen, kommt vorbei. Guckt euch das Ganze live an oder schaut es einfach im Nachhinein. Ist auch übelst lässig, ist ja kein Problem. Ihr könnt euch das ganze Spiel auch runterladen. Ich werde den Link dazu in die Videobeschreibung packen. Hier von dem Video bereits. Und, ach, am besten, ich packe hier auch den Link zu dem Video hier in die Videobeschreibung. Und dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Ach ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch meinem Discord-Server anschließt oder mir auf Twitter folgt. Oder am besten beides. Oder meiner Facebook-Gruppe beitretet. Das fände ich ziemlich cool. Hier sind die Links in meinem Kanal und die sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Also würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht und euch auch aktiv in meiner Community ein bisschen irgendwie beteiligt. Und vielleicht auch neue Kontakte knüpft und vielleicht auch eure eigenen Projekte bewerbt innerhalb dieser Gruppen etc. pp. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir auf Twitter. Weil ich eigentlich so gut wie jedes Video, ähm, wird dort auch angekündigt meistens und, ähm, beziehungsweise sobald es hochgeladen ist, ähm, kommt da auch ein Link rein. Meistens in 90% der Fälle oder 99% der Fälle, ähm, passiert das auf jeden Fall gut. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und dasselbe gilt dann auch für Discord und für die Facebook-Gruppe natürlich. Auf Instagram mache ich anderen Stuff. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch folgen. Aber das ist eher mehr so privater Stuff. Und just for fun ist das mehr. Ähm, bisschen weniger RPG-Maker-Kram. Aber auch manchmal. So, aber das war's. Sorry, ähm, soweit von mir. Und ihr könnt mich natürlich auch kontaktieren über Discord, Facebook, Twitter und Instagram, falls ihr mich mal anschreiben wollt. Also, danke fürs Zuhören. Und tschüssi lieb. Bis morgen im Stream. Das wär echt cool, Leute.